Hi Leute und herzlich willkommen hier auf dem Jimmy Boy Kanal und da habe ich so ein Eieruhr aus Amerika, hat meine Tante mir geschickt und ja, ein bisschen backen wir mal aus. So, so ein Eieruhr, dann tun wir das so ins Wasser rein und dann kann man das, weiß man, wenn es dann, da steht, gelb ist dann hart. Gleich, mhm, 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 ah ja, wenn es gelb ist, ist es hart, wenn es so innen wie der Orange ist, ist es Medium, das ist dann, äh, weiß nicht, und da ist es dann weich. Ja, so Leute, da haben wir schon ein Ei und da noch was mit Wasser, gleich, haben wir Wasser in den Topf reingetan und dann schauen wir mal die Herdplatte, schauen wir es mal auf. Nein, das ist ein Katzi. Ja, dann, rein tun, dann, das, hm, dann, so leuchtet die Dings noch hochheben, wir sind, äh, Knöpfe zu kommen. Ach, so, nur als Wasser ist es, denke ich. Hi Leute, hier bin ich wieder und da hat es schon ein bisschen, da ist es schon ein bisschen gelb geworden. Und das heißt, das ist saftig, das ist saftig, aber ich will es hart haben, ich will es jetzt. So, Leute, da gucke ich mal, wenn es gibt. Ich habe es schon mal eingegeben, bei Amazon gibt es nur so welche. Ach, ist es okay. Guck. Das Ei ist fast fertig, es ist noch ein bisschen orange. So, Leute, es ist fertig, darf ich mein Ei erhalte? Ja, hol mal, hol mal es mal raus. Hart fühlt sich an. Und, um, drei, zu. Das ist der Pass. Ja, ist schön hart geworden. Ah, ich weiß. Katz, weg. Werfen, ey. Okay. Vielen Dank. Vielen Dank. So haben wir jetzt die Kartenlage weg. Und du nicht. Mmh, lecker. So, jetzt räume ich wieder auf. Wir sehen uns beim nächsten Video. Ciao.